Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir schauen uns nun das Video vom Renzo an und zwar hat er jetzt noch ein Statement abgegeben, würde ich jetzt mal meinen, oder jetzt das richtige Statement zu Christian Wolff und diesem More Nutrition Ding. Also da kam jetzt noch ein 27 Minuten Video online. Christian Wolff, Vorwürfe über Bedrohungen, Umgang mit Kritik und mehr. Ich würde sagen, wir gucken da jetzt einfach mal rein. Let's go. In diesem Video geht es vor allen Dingen um Christian Wolff. Das ist einer der Gründer von More Nutrition. Ich möchte in diesem Video die häufigsten Vorwürfe und Kritiken zusammenfassen, die aktuell in diesem Themengebiet im Raum stehen. Normalerweise, wenn ich recherchiere, gibt es super viele seriöse Quellen, die ich dann durchgehen kann. Also zum Beispiel Zeitungsartikel von FAZ, Spiegel, Zeit Online oder so. Bei denen findet man aber zu diesem aktuellen Thema gar nichts. Also es gibt relativ wenige seriöse Medien, die sich überhaupt damit befasst haben. Und wegen dieser wenigen seriösen Belege und weil die Thematik für Außenstehende sehr undurchschaubar ist, ihr werdet sehen, das sind unfassbar viele Infos und verschiedene Themen. Das ist by the way auch der Grund gewesen, weshalb ich davon nicht viel mitbekommen habe. Also ich habe davon schon ein bisschen was mitbekommen, aber ich habe die ganze Thematik nicht ganz so mitverfolgt, weil das so viel war. Dann war auf einmal noch Julian Ziedler mit dabei und so weiter und so fort und da hatte ich dann gar keinen Bock mehr irgendwie noch durchzublicken. Hey Unico hat dazu oder Unico Online hat dazu auch noch Videos gemacht, aber ich war dann auch irgendwann raus gewesen. Wird dieses Video den Fokus vor allen Dingen auf eine nüchterne Darstellung von Informationen legen, für die Leute, die davon bisher wenig mitbekommen haben. Klar, meine Meinung bringe ich deutlich rüber, aber die sollte hier nicht so krass im Fokus stehen, wie zum Beispiel bei einem Zerstörungsvideo oder so. Ist auch so schon alles kompliziert genug. Deshalb habe ich diesmal bei den Recherchen auch super viel mit Leuten gesprochen, also mit JournalistInnen oder Betroffenen oder Beteiligten oder so. Also hierfür habe ich Dutzende Stunden allein nur mit Telefonaten verbracht. Dann alles zu sammeln, auszuwerten, vor allen Dingen verständlich in ein Video zu packen, hat mich ziemlich viel Zeit gekostet. Und weil ich die letzten Wochen nicht so viel Zeit übrig hatte, weil mich beruflich, aber vor allen Dingen auch private Angelegenheiten sehr beansprucht haben, hat sich das jetzt echt über Wochen gezogen. Aber jetzt habe ich es fertig. Full Disclosure an der Stelle, Christian Wolf ist mittlerweile bei Moor komplett raus, was auch unabhängige Medienberichte bestätigen. Trotzdem, weil ich auch eine Kooperation mit Moor habe, war es mir wichtig, mich auch für mich selbst halt mit dem Thema zu befassen. Und ich habe natürlich dieses Video von niemandem beeinflussen lassen, wie immer. So, es gab verschiedene Kritik und Vorwürfe, die in den letzten Wochen im Raum standen. Das mit Abstand krasseste Thema war aber, dass mehrere Menschen von unbekannten Nummern kontaktiert und bedroht wurden. Darum soll es jetzt hier auch am Anfang des Videos gehen. Und der zweite Teil des Videos ist dann eine Zusammenfassung von ganz vielen anderen Themen, die teilweise auch viel, viel älter sind, aber in diesem Kontext halt nochmal thematisiert wurden. Aber jetzt starten wir mit dem aktuellen Thema. Also es gibt zwei Fälle, die jetzt seit wenigen Wochen auch öffentlich sind. Ich hatte zu diesen beiden Opfern die letzten Wochen auch guten Kontakt gehabt und schätze ihre Aussagen als absolut, absolut glaubwürdig ein. An einer anderen Stelle haben sie sogar ihre Aussagen eidesstattlich versichert. Jetzt starten wir erstmal mit der Schilderung von Luca. Ich versuche mich möglichst kurz zu halten, damit alle mitkommen. Luca ist 17 Jahre alt und macht Fitness-Content. Er hatte ein kritisches Video gemacht, das Christian Wolf nicht gefallen hat. Ey, das haben wir uns glaube ich sogar angeguckt. War das nicht hier, wo abgekriegt ein Video zugemacht hat? Weil er hieß ja Luca, aber das war auch zumindest ein Jüngerer, der dann so einen Vertrag bekommt, oder wo dann gesagt wurde, okay, du bekommst einen Vertrag von uns. Und dann ist aber nichts mehr daraus entstanden, weil er hat eigentlich ein Kritikvideo zu Dings gemacht, zu Christian Wolf oder Monotrition oder so. Und dann kam es irgendwie zu einem Vertrag und dann wurde er, glaube ich, gegostet, dieser Luca. Ich bin gespannt, mal schauen, was da kommt. Und dann wurde später irgendwie noch bedroht oder sowas. Ich, mal schauen, mal schauen. Christian Wolf schrieb Luca das auch und Luca antwortete, dass diese Nachricht von Dreistigkeit nicht zu überbieten sei. 28 Minuten später ruft eine unbekannte Nummer Luca an. Er sieht es auch später, ruft zurück und dann sagt er, ist das passiert. Ich habe mir nichts dabei gedacht und war auch total unvorbereitet. Es kam so plötzlich, dass ich mich gar nicht mehr genau daran erinnern kann. Aber sinngemäß habe ich gefragt, hallo, wer bist du? Und dann kam als Antwort, und das weiß ich noch, Wir treffen uns persönlich, dann zeige ich dir, wer ich bin. Und aufgelegt. Luca hat daraufhin die Videos, um die es in der Konversation mit Christian Wolf ging, offline genommen. Am nächsten Tag schrieb ihm dieselbe Nummer dann auf WhatsApp. Luca, altes Haus. Ich sehe, die Videos sind draußen. Und etwas weiter dann, hör einfach auf zu nerven, bist noch jung, mach deinen Sport, lebe dein Leben, bleib gesund und alles ist gut. Und falls du weiter witzig sein möchtest und denkst, du wärst cool. Und dann schickte die Person Luca, Lukas eigene Adresse. Und danach können uns ja dann auch persönlich unterhalten. So, völlig egal, wie das jetzt juristisch zu bewerten ist, jeder Mensch versteht, dass das eine Drohung ist. Und ich muss hier, glaube ich, nicht betonen, dass das gar nicht klar geht und absolut verurteilt gehört. So viel zur Schilderung von Luca. Jetzt geht es um einen zweiten Fall. Da geht es um die Schilderung von Aileen. Aileen macht auf ihrem Instagram-Kanal Gossip News und hatte da auch Inhalte gegen Christian Wolf geteilt. Wenige Tage nachdem das bei Luca passiert ist, bekommt sie einen Anruf von einer österreichischen Nummer und vor allen Dingen viele, viele Nachrichten. Die Person schreibt, ich bitte dich einmal höflichst, die Videos über den Christian Wolf runterzunehmen, alles rauszunehmen. Dann schickt man ihr sogar eine Vorlage von einem Statement, das sie veröffentlichen soll. Da steht dann drin, da ich selbst zugeben muss, dass ich viele Aussagen nie geprüft habe und einfach gepostet habe, ziehe ich diese Aussagen offiziell zurück. Und bis auf weiteres werde ich diesen Instagram-Account nicht mehr betreiben. Nachdem sie dann sagt, dass sie das nicht posten wird und ihren Kanal auch nicht löschen wird, kommt die Aufforderung, sie müsse sich bei Christian entschuldigen. Oder so Texte wie, bitte alles über Wolf löschen. In Zukunft den Namen nicht mehr erwähnen bitte und irgendwas über ihn reden. Oder, du hast ihn öffentlich gedemütigt. Bitte lösch mal die Sachen. Die Person schickt Aileen sogar Sprachnachrichten. Da hört man halt einen österreichischen Mann, also mit österreichischem Akzent. Und der sagt dann so Sachen wie, ey Aileen, ich will dich ja nicht bedrohen hier, ne? Ja klar, niemand bedroht hier irgendwen. Sure, Digga. Er sagt auch in der Sprachnachricht, es ist besser, Freunde zu finden, als sich Feinde zu machen. Und es heißt, wenn du der Meinung bist, du willst es darauf ankommen lassen, dann bin ich ab jetzt auch der Meinung, dass wir es darauf ankommen lassen. Und er schickt Aileen ein Foto von ihr selbst und fragt, bist du das? Aileen löscht irgendwann die Inhalte über Christian Wolf. Vorher stellt sie ihren Instagram-Kanal... Alter, wie krank ist das bitte? Also jetzt mal Realtalk, das ist ja... das ist ja nur noch bodenlos. Aber auf privat. Wenn ein Kanal auf privat ist, dann können ja nur die Follower die Inhalte sehen. Und weil der Österreicher überprüfen wollte, ob sie die Inhalte wirklich gelöscht hat, hat er ihr dann eine Anfrage gestellt und dadurch wusste Aileen auch den Instagram-Kanal, wo sie auch seine Stimme wiedererkannt hat. Kurze Zeit später schrieb ihr eine deutsche Nummer. Und zwar genau dieselbe deutsche Nummer, die auch Luca kontaktiert hatte. Die beiden Nummern gehören ganz offensichtlich zusammen, weil der Chat startet mit, grüß dich Aileen, du hattest ja schon eben das Vergnügen mit einem der Leute. Und von da kommen halt wieder bedrohliche Sachen. Also so Texte wie, die Sache hier muss nicht eklig werden, aber sie kann es von mir aus sehr gerne. Oder ich muss dir nicht drohen. Es ist auch so dumm. Also jetzt mal for real, das ist dieser Barbara Streisand-Effekt, oder? Das ist doch komplett der Barbara... Die wollen das Kleinhalten, das Thema, dass es runterkommt. Und jetzt ist das Thema riesig. Riesig, riesig, riesig. Und dazu blamieren sich alle Seiten und es wird richtig eklig. Also ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, so zu drohen, sowas zu schreiben und so weiter. In der Hoffnung, dass da nichts rauskommt. Natürlich kommt da irgendwas raus. Vielleicht über so eine Schlammschacht gerade eben. Also das ist ja wirklich nur noch dämlich. Aber perfekt. Leute, ihr habt es geschafft, dass das Thema noch größer wird. Ihr Leute, die andere bedrohen und so. So. Wow. Ihr seid voll cool, Mann. Ich lasse Taten sprechen oder deine Adresse habe ich schon und es wird auch angekündigt, Leute vorbeizuschicken. What the fuck? Vor allen Dingen waren diese letzten Drohungen völlig unnötig, weil Aileen ja schon die Inhalte über Christian Wolf gelöscht hatte, also die Forderungen erfüllt hatte. Das diente also einfach nur der generellen und dauerhaften Einschüchterung. So. Ihr habt jetzt die Zusammenfassung gehört von diesen beiden Fällen, also von den Schilderungen von Luca und Aileen. Und meine Einschätzung ist, dass diese Schilderungen absolut glaubwürdig sind. Das ist scheinbar so passiert. Und ich habe mich hier schon wirklich kurz gehalten, weil man für die gesamte Geschichte mindestens eine Stunde bräuchte. Dazu gibt es übrigens unter anderem von Aileen einen YouTube-Podcast, der geht anderthalb Stunden. Also gebt euch den gerne, wenn ihr mehr Details wollt. Beide Opfer sind natürlich auch zur Polizei gegangen, aber die hat offensichtlich nicht so viel gemacht. Ich habe teilweise auch angeboten, Anwaltskosten zu übernehmen, einfach um auf diesem Weg auch mehr Druck zu machen. Aber wie viel dabei rauskommen würde, das kann ich als Nicht-Jurist überhaupt nicht einschätzen. Und jetzt kommt noch eine Sache obendrauf und sorry für den Informations-Overlauf. Ich weiß nicht mal, wie das aussieht bei solchen Drohungen, ob überhaupt irgendwas passiert. Da habe ich keine Ahnung. Oder ob es erst zu irgendwas kommen muss oder dass da ein gewisser Tatzeitpunkt schon vorgeschrieben wird, dass man sagt, okay, jetzt ist wirklich eine Bedrohung, eine ernsthafte Bedrohung. Und deswegen schalten wir uns da ein. Ich habe keine Ahnung, wie es da ausschaut. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade so bei Bedrohungen gefühlt gar nichts gemacht wird. Ich meine, hier wurde jetzt auch nichts gemacht. Aber ich habe es auch so schon in der Vergangenheit mitbekommen, dass sobald Drogen ausgesprochen werden, man erst mal so die Füße stillhält und sagt, naja gut, ob das jetzt ernstzunehmend ist, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, warum macht man da nichts dagegen? Also offensichtlich eine Gefährdung von Personen, wenn jemand sagt, jo, wir schicken Leute vorbei, wir kennen deine Adresse, wir kennen deine Bilder und so weiter. Dann ist es doch schon, dann ist es doch eigentlich schon eine ziemlich ernstzunehmende Drogen, oder? Ich weiß, es ist viel. Aber es wäre weird, das Folgende in diesem Kontext wegzulassen. Es sind WhatsApp-Chats veröffentlicht worden, in denen Christian Wolf gerichtet an seine Ex-Freundin sagt, dass sie bestimmte Inhalte entfernen soll. Und wenn nicht, dann wird sie Angst vor ihm haben müssen, einmal noch, und sie wird nie wieder Instagram machen. Und danach, es hätte einen Grund, dass gerade links und rechts Statements verschwinden. Dieses Verhalten im Chat ist absolut inakzeptabel. So spricht man nicht mit seiner Verlobten, auch nicht mit seiner Ex-Verlobten oder mit irgendwem anders. Man hat mit niemandem so zu reden. Punkt. Dieser Chat, die Bedrohungen an Aileen und die Bedrohungen an Luca, waren in einem 3-Tage-Zeitraum. Also alles relativ close beieinander. Ich muss und möchte auch an dieser Stelle clean sein und betonen... Also wenn das alles 3 aneinander war, wie wahrscheinlich ist es dann, dass diese Leute, die Aileen und diesen Luca bedroht haben, zusammen unter einer Decke stecken mit Christian Wolf? Die Wahrscheinlichkeit ist da. Ob das jetzt wirklich so ist, man weiß es nicht, aber man kann sich das durchaus irgendwie so ein bisschen zusammenreihen. Das nicht belegt ist, dass Christian Wolf irgendetwas mit den Bedrohungen von Aileen und Luca zu tun hat. Also es ist nicht belegt, dass seinetwegen Leute bedroht wurden, die hätten ja auch theoretisch alleine handeln können. Er selbst bestreitet auch, irgendwen beauftragt zu haben. Ich darf und werde hier natürlich deswegen auch keine Unterstellung machen, aber ich habe die Information... Aber es ist sass. ...zusammengetragen, damit sich jeder ein eigenes Bild davon machen kann. So, das war das aktuell größte Thema in dieser Richtung. Und es war wie ein fucking schlechter Krimi. Ich meine, was ist sowas? Das ist nicht normal, dass sowas passiert und es darf auch nie normal sein. Monotition hat sich by the way von dieser Sache absolut distanziert. Die haben teilweise auch Direktkontakt mit Betroffenen gehabt, haben Anzeige gegen Unbekannt erstattet und haben eine externe Kanzlei damit beauftragt, Informationen zu sammeln, die dann der Staatsanwaltschaft übergeben wurden. Kurze Randnotiz noch dazu. Ich war zuerst ein bisschen irritiert, dass sie nur Anzeige gegen Unbekannt erstattet haben, weil bei einem der beiden Täter der Vorname, Wohnort, Aussehen so eigentlich ziemlich klar sind. Also dachte ich so, hä, warum Anzeige gegen Unbekannt? Das ist doch offensichtlich der Peter aus Wuppertal. Also jetzt nicht Peter aus Wuppertal, aber ihr versteht das Prinzip. Aber ich habe dann herausgefunden, dass das wohl juristisch so definiert ist. Also man muss auch, wenn man starke Hinweise auf die Identität einer Person hat, trotzdem Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wenn man nicht alle notwendigen Identifikationsmerkmale erfüllt hat. Insofern habe ich das verstanden und das scheint der Grund zu sein. So, so viel zu diesem Bedrohungsthema. Mit diesem Thema ist in letzter Zeit dann aber auch nochmal andere Kritik wieder hochgekommen, teilweise in Richtung Christian Wolf, teilweise aber auch in Richtung von anderen Influencern von Moor oder sogar... Aber das ist schon krass. Also das heißt, die Polizei kann da auch nichts machen oder wie schaut das aus, wenn sogar das eigentlich bekannt ist? So wie der Hai ist und wo der wohnt und so, dann ist doch... Dann geht ja eine Gefahr von so einer Person aus. Ja, die sagen, ja gut, uns fehlen noch ein paar Merkmale, aber ist es da nicht Sinn oder nicht schlau irgendwie, dass die Polizei rausfindet, ob das die Person wirklich war? Als hätten die die Möglichkeiten nicht, das herauszufinden, wer das wirklich war am anderen Ende des Telefons. Und also, ja, keine Ahnung, also das ist schon weird. Aber auch selbst. Da geht es jetzt größtenteils natürlich nicht mehr um so heavy Shit. Teilweise wird es sogar ein bisschen wissenschaftlich. Da ging es teilweise um aktuelles, aber auch viel um älteres. Teilweise von seriösen Quellen, teilweise von unseriösen Quellen, teilweise mit gesicherten Informationen oder auch nicht. Teilweise direkt als valide erkennbar, teilweise auch nicht. Es ist so unfassbar viel Content, vor allen Dingen in der Fitness- und Gossip-Szene, darüber gepostet worden. Und manches davon gucken wir uns jetzt an, aber natürlich ist dieses Video keine vollständige Liste davon. Das soll dieses Video auch gar nicht sein, weil ab irgendeinem Punkt gehen natürlich Themen einfach unter. Allein der ganze Beef, den es zwischen verschiedenen Konkurrenzmarken bzw. ihren Gründern oder Influencern in den letzten Jahren in dieser Bubble gab, mit vielen Video-Statements hin und her, das ist ein Rabbit Hole, allein damit könntest du eine Doktorarbeit füllen. Aber ich möchte in diesem Video halt die Themen behandeln, die ich einfach oft gesehen habe. Also in Kommentaren, DMs, bei seriösen Medien und so. Also, nächstes Thema. Wenn ihr mich verfolgt, dann könnte es sein, dass ihr Monotrition in erster Linie von mir kennt oder halt von so YouTuber-StreamerInnen wie zum Beispiel Reefd. Ich gebe euch natürlich wie immer Bescheid, wenn... Also for real, ich glaube man... Also ich verbinde Monotrition nur, oder ich kenne Monotrition nur wegen Rezo. Und ich glaube die meisten tatsächlich auch, weil Rezo halt wirklich so das Aushängeschild ist dafür. Aber weil er es halt auch wirklich sehr krass bewirbt, ich weiß nicht, wie es bei Reefd ausschaut, aber Rezo bewirbt das schon sehr, sehr heftig, also das merkst du auch. Wenn es Rabatte bei Monotrition gibt... Und dann kennt ihr am ehesten wahrscheinlich die Produkte, mit denen man Zucker sparen kann. Aber liegt natürlich auch daran, weil ich Rezo folge. Also ich sehe ihn ja überall und dann sieht man halt auch die Placements. ... oder Proteine zu sich nehmen kann. Aber die stellen neben solchen Produkten noch andere Sachen her, zum Beispiel auch Supplements oder Nahrungsergänzungsmittel. Also zum Beispiel für, weiß ich nicht, Omega-3 oder Vitamin D oder irgendwie sowas halt. Und manche InfluencerInnen von Moor machen dafür halt auch Werbung. Und für sowas gilt, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo einen Mangel habt, dann kann es obviously sinnvoll sein, sowas zu supplementieren. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr beim Arzt mal meine Werte checken lassen und sollte daraufhin vor allen Dingen Vitamin D und Vitamin B12 Supplements nehmen. Und nach drei Monaten waren die Werte bei mir schon viel besser und seitdem achte ich da ein bisschen mehr drauf als vorher. Also es ist gut, dass es Supplements gibt, aber die sind keine Medizin und dürfen nicht als solches beworben werden. Und genau dazu gab es in der Vergangenheit Kritik. Zum Beispiel wurde letztes Jahr an Christian Wolf kritisiert, dass er ein Supplements-Produkt als eigentlich schon ein Medizinprodukt beschrieben hätte. Und so kann man Supplements nicht beschreiben oder framen, weil dann klingt das ja so, als sei das ein Arzneimittel. Für Arzneimittel gelten nämlich andere Anforderungen, die man erfüllen muss. Zum Beispiel muss man dann in Studien nachweisen, dass sie halt gegen eine bestimmte Sache helfen oder welche Wechselwirkungen und Nebenwirkungen sie haben. Also Arzneimittel und Supplements sind was Unterschiedliches und deswegen durfte Christian Wolf halt dieses eigentlich schon ein Medizinprodukt so nicht sagen. In einem anderen Fall wurde er immer kritisiert dafür, dass er einen Zusammenhang zwischen Melatonin und Krebs hergestellt hat und in diesem Kontext eben auch ein Melatonin-Supplements-Produkt beworben hat. Es wurde sogar auf einem Bild in einer seiner Gruppen der Ausdruck Anti-Krebs-Effekt benutzt. Und das darf man halt auch nicht. Also man darf nicht den Eindruck entstehen lassen, dass ein Nahrungsergänzungsmittel gegen eine Krankheit hilft. Bei diesen Gesetzen über Nahrungsergänzungsmittel geht es übrigens teilweise nicht darum, ob eine Aussage korrekt ist, sondern ob sie erlaubt ist. Die Regeln sind da so weitgehend, dass man zum Beispiel nicht sagen dürfte, wenn du einen Vitamin-D-Mangel hast, dann hilft dieses Produkt mit Vitamin-D. Das wäre zwar irgendwie offenbar korrekt, aber Vitamin-D-Mangel ist ICD-10 klassifiziert. Das ist so ein internationaler Code für Krankheiten. Und wie wir gelernt haben, darfst du nicht den Eindruck erzeugen, dass ein Supplement bei einer Krankheit hilft. Und ich verstehe, dass manche Leute davon vielleicht ein bisschen irritiert sind. Ich finde die Gesetze an solchen Stellen natürlich auch so ein bisschen weird. Aber ich persönlich habe teilweise lieber etwas schärfere Gesetze. Finde ich aber tatsächlich, also im ersten Moment klingt das erstmal so ein bisschen absurd. Aber im zweiten Moment denkt man sich so eigentlich schon sinnvoll. Weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Vitamin-D-Mangel hast, also jetzt beispielsweise, und dein Körper, keine Ahnung, kriegt das auch über Supplements schwierig hin und so, dann bedeutet das nicht, dass dieses Vitamin-D, was du dann einnimmst, automatisch für dich perfekt wirkt. Und das funktioniert dann. Und dann hast du nicht mehr diesen Mangel. Da kann ja trotzdem noch existieren. Also dementsprechend ist es schon gut so, dass man dann nicht sagt, jo, das hilft und dann hast du keinen Vitamin-D-Mangel mehr. Ja, nee, also auf jeden Fall ist das schon sinnvoll, dass dann die Gesetze ein bisschen schärfer sind. Weil sonst, ich glaube, da gibt es viele auch falsche Versprechen irgendwo. Als zu lasche Gesetze, wenn es um Verbraucherschutz geht. Okay, weiter geht's mit dem nächsten Punkt. Studienpicking. In der Kommunikation von Christian Wolf kamen regelmäßig wissenschaftliche Ergebnisse vor. Gerade so Aussagen darüber, dass man sich bewegen sollte oder nicht zu viel Zucker zu sich nehmen sollte, waren halt so Aussagen, die er wirklich sehr, sehr regelmäßig in seinen Storys geteilt hat. Und sowas ist wissenschaftlich auch total clean gedeckt. Also wir wissen, dass der durchschnittliche Deutsche viel mehr Bewegung haben sollte und seinen Zuckerkonsum übelst krass reduzieren sollte. Also das ist so wissenschaftlicher Konsens, das ist die Empfehlung. Und ich finde es auch gut, dass man darüber aufklärt. Aber es gab in der Vergangenheit eben auch Fälle, wo Christian Wolf vorgeworfen wurde, wissenschaftliche Ergebnisse stark verkürzt oder werblich geframed darzustellen. Über ein Supplementprodukt sagte er zum Beispiel, dass eine bestimmte wissenschaftliche Seite die wissenschaftliche Power vom Produkt bestätigt hätte. Und das war halt so nicht ganz korrekt. Also die Seite hatte bestimmte Inhaltsstoffe des Supplementproduktes so beschrieben, dass es einen erheblichen Nutzen bringen kann, aber nur im richtigen Kontext. Dass diese Website das über einen bestimmten Wirkstoff damals gesagt hatte, ist zwar cool, aber die Kritik war natürlich trotzdem, dass die haben die wissenschaftliche Power vom Produkt bestätigt, nach mehr klingt als das. Okay, ganz kurz, lasst uns diese Gelegenheit vielleicht nutzen, um einmal ganz kurz generell was über Studien zu sagen. Es ist super, super wichtig, dass es Studien gibt, obviously. Aber gerade im Ernährungs- und Fitnessbereich gibt es einfach Studien, deren Ergebnisse teilweise in eine verschiedene Richtung zeigen. Und das liegt natürlich an verschiedenen Sachen. Zum Beispiel daran, dass wir Menschen keine Maschinen sind, sondern individuelle Körper haben, die teilweise verschieden funktionieren. Es liegt zum Beispiel aber auch an einem Grundproblem in der Wissenschaft, dass WissenschaftlerInnen indirekt dazu ermutigt, Ergebnisse zu veröffentlichen, die einen Zusammenhang gefunden haben. Also jetzt, egal ob ein positiver Zusammenhang oder ein negativer, Hauptsache, ich habe da was gefunden. Und dazu kommt noch, dass Studienergebnisse in Medien, also auf Social Media, aber auch in Zeitungen oder im Fernsehen oder so, gerne mal ein bisschen verkürzt und undifferenziert dargestellt werden. Und diese ganzen Gründe und noch mehr sorgt dann dafür, dass man so Headlines liest, wie zum Beispiel, mit Schokolade nimmt man besser ab, was halt bei einer Studie auch irgendwie das Ergebnis war und von ganz vielen Zeitungen gerepostet wurde, aber einfach falsch ist. Deswegen, ganz generell, es ist gar nicht so schwer, sich einzelne Studien zu picken, die irgendwie danach klingen, als würden sie deinen Standpunkt unterstützen. Das wisst ihr, das geht bei jedem Thema, egal ob Pro oder Contra. Also, guckt immer genau hin. Stellt euch die Frage, was steht denn wirklich in dieser Studie? Ist es nur eine einzelne Studie, die irgendeinen Hinweis gibt, dass unter bestimmten Bedingungen was sein könnte? Oder ist es zum Beispiel eine Meta-Analyse, die eine vielleicht viel größere, allgemeinere Aussagekraft hat? Solche Fragen helfen einfach weiter. Und ja, es ist anstrengend, aber ist halt auch wichtig. Okay, das war's mit diesem Talk. Weiter geht's. Angstmache, okay, das ist interessanter wahrscheinlich. Eine Sache, die teilweise auch im Raum stand, ist der Vorwurf der Angstmache für Marketing. Zum Beispiel hatte Christian Wolf eben letztes Jahr eine Verbindung zwischen Schichtarbeit, Krebs und Melatonin hergestellt und suggerierte dann, dass es bei Schichtarbeitern maybe das Krebsrisiko senken könnte, wenn sie Melatonin supplementieren würden. Und dafür führte er verschiedene Studien an, die zusammengefügt irgendwie darauf hindeuten könnten, dass es maybe so sein könnte. Aber maybe halt auch nicht. Also direkt belegt ist es, soweit ich es richtig verstanden habe, nicht. Und dann sagt er sowas. Irgendwie redet da niemand drüber, obwohl wir so viele tolle Menschen haben. Sei es jetzt Ärzte oder Ärztin, Feuerwehrmänner, Polizei, Pflege, sonst was. Die Menschen, auf denen unsere Gesellschaft wirklich beruht und irgendwie kümmert sich keiner darum, dass die das auch wirklich erfahren, damit sie die gesundheitlichen Auswirkungen davon verstehen und vielleicht auch was dagegen tun können. Naja, und die Lösung, die er in den Raum stellt, ist halt Melatonin zu supplementieren. Und ich finde, das kommt halt schon so ein bisschen emotional pressure mäßig rüber, weil stell dir vor, eure Mutter ist Krankenschwester in Schichtarbeit und ihr hört sowas, dann fühlt ihr euch ja vielleicht schon so unter Druck gesetzt, der jetzt diese Verbindung zwischen Krebs und ihrem Job und Melatonin so weiterzuleiten. Und diese Verbindung kann ja so existieren, aber ist eben nicht wissenschaftlich belegt. Und wenn man sich dann vor Augen hält, dass er auch Melatonin-Supplements beworben hat, dann ist das ein ganz schwieriger Weib. Und finde, dass man da in der Kommunikation auf jeden Fall auf... Ja, das ist halt auch möglicherweise einfach Geldmache. Also, dass man einfach sagt, ja, übrigens, das ist super, super wichtig und ich verstehe das nicht, wie man das dann nicht nehmen kann. Und so, ach, übrigens, bei mir gibt es jetzt diese Supplements. Ja, kauft euch das. Damit verdiene ich mir nämlich eine goldene Nase. Also, ja, er hat auch diesen Vibe, muss ich an der Stelle sagen. Fassen sollte. Gerade dann, wenn man die Lösung eines vermeintlichen Problems selbst bewirbt. Okay, jetzt noch ein zweites Beispiel zu diesem Angstmache-Punkt. In einem Fall vor anderthalb Jahren ging es darum, dass Christian Wolf über ein Produkt für Schwangere eines anderen Unternehmens gesprochen hat. Und darauf verwies, dass laut europäischer Lebensmittelsicherheitsbehörde eines der Inhaltsstoffe in diesem Produkt als nicht sicher gelten würde. Bis dahin gab es, glaube ich, auch noch kein Problem. Aber er hatte diese Situation dann mit dem Kontingentskandal verglichen und er hatte gesagt, dass das Unternehmen bestimmt mit Pharma-Geld versuchen wird, das hier zu unterdrücken. Und das ist schon ein bisschen Matsch, ne? Und am Ende davon hat er halt ein Moor-Produkt für Schwangere beworben, das laut seiner Aussage viel besser sein soll. Und da war deswegen die Kritik eben auch, dass er Marketing über Angstmache betreiben würde. Und finde ich eine absolut nachvollziehbare Kritik. Hm. Es gibt in den letzten Jahren natürlich auch Emotional Damage. Ja, das ist aber, das machen viele leider. Das machen viele, ne? Aufgrund von Emotionen. Dinge bewerben, sodass man dann ein schlechtes Gewissen bekommt und dann will man es sich kaufen. Funktioniert am Ende des Tages, ne? Weil du halt mit der Psyche des Menschen spielst. Dabei ist halt Schmutz. Ist halt Schmutz, weil du willst damit einfach nur Gewinn erzielen. Fälle, wo nicht Christian Wolf kritisiert wurde, sondern More Nutrition in ihrer Kommunikation oder andere Influencer. Aber, soweit ich das richtig sehe, weitaus seltener und auch nicht mit so starker Kritik. Also beim meisten geht es um Christian Wolf. Also bei More Nutrition gab es zum Beispiel einen Fall, wo sie ein Produkt namens Pregnancy Support rausgebracht haben und gesagt haben, dass es eine optimale Nährstoffversorgung für Schwangere sei. Und die Kritik war dann, dass es keine optimale Nährstoffversorgung sein würde, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung Schwangeren, die nicht regelmäßig fettfreien Meeresfisch verzehren, empfiehlt, noch etwas anderes zu supplementieren. Nämlich so Omega-3, was in Pregnancy Support eben nicht drin ist. Die Antwort von More darauf war, dass sie sich nicht erklären können, wie der Eindruck entstanden ist, dass in dem Pregnancy Support dieses Omega-3 drin ist, weil explizit bei der Bewerbung von Pregnancy Support sogar empfohlen werden würde, dass man es in Kombination mit Omega-3-Supplement nehmen soll, um das eben noch zu ergänzen. Sie haben danach diesen Hinweis aber auch in die Verzehrempfehlung gepackt. Ich habe in den seriösen Quellen aber noch andere Beispiele gefunden, wo eben andere Influencer, die auch Werbung für More machen, direkt kritisiert wurden. In zwei Fällen haben Influencerinnen in ihrer Story gezeigt, wie sie Supplements nehmen, und haben dann scherzhaft dazu sowas gesagt, wie ich nehme jetzt meine Supplements, wehe, ihr nehmt die jetzt auch nicht alle, oder ich nehme jetzt meine Supplements, macht mir auch keinen Spaß, aber muss sein. Was Supplement, Reminder, mir macht es auch keinen Spaß, aber muss sein. Und ich kann irgendwie verstehen, dass man dazu sagt, hey, da muss man aufpassen mit der Kommunikation. Also sagt sie, macht mir auch keinen Spaß, aber muss sein, im Sinne von muss für mich sein, weil ich dieses Ziel gesetzt habe. Oder meint sie damit irgendwie implizit, es muss für jeden Zuschauer sein, dass man Supplements nimmt. Also ich verstehe den Punkt da über Verantwortung in Kommunikation. Also es klingt so wie, ja, muss sein für mich persönlich. Aber ja, kommunikativ weiß ich nicht, ob das das Richtige ist. Aber wenn sie sagt, ja, für mich macht es auch keinen Spaß, aber muss sein, klingt so wie, yo, ich muss das halt jetzt nehmen. Und nicht, ihr müsst das auch nehmen, so, weißt du, es muss halt sein. ... zu sprechen, aber zugegeben finde ich es jetzt auch nicht so krass, wie manch andere Sachen, die wir bisher im Video hatten. Stärker fand ich noch einen Fall, den ich gefunden habe, wo eine Influencerin ihre Supplements nimmt und halt zeigt, was sie wie viel nimmt. Und von einem Produkt zeigt sie doppelt so viel, wie man eigentlich am Tag nehmen sollte. Und ich bin kein Arzt, ne? Also ich kann gar nicht einschätzen, wie sich das auswirkt, wenn man jetzt von dieser Sache doppelt so viel nimmt oder so. Aber in jedem Fall sollte man natürlich nicht auf Instagram in der Story diese doppelte Tagesmenge indirekt so empfehlen. Obviously. Oder hier noch ein anderer Fall von nicht so nicer Kommunikation, wo eine Influencerin in ihrer Story schon irgendwie so implizit rübergebracht hat, dass irgendwelche Produkte von Moor super wichtig zum Abnehmen wären. Was das Wichtigste, wenn ihr auch einfach mal automatisch abnehmen wollt, wie Benni fünf Kilo und ich siebeneinhalb Kilo isst, dass ihr konsequent täglich die Routinen macht. Das geht in Gewohnheiten über und läuft dann wie das Zähneputzen von alleine. Was Routine eins, Zucker reduzieren mit Junkie und Syrups. Und das ist natürlich Quatsch. Also man braucht gar kein Produkt dieser Welt, um irgendwas Bestimmtes zu erreichen. Also du kannst auch einfach abnehmen mit einem Kaloriendefizit. Also wenn du immer jeden Tag mehr verbrauchst, als du zu dir nimmst, dann nimmst du definitiv ab. Also das ist auch schon ein Trick einfach und damit kannst du es auch regeln. Also deswegen weiß ich jetzt nicht, ob du dafür irgendein Produkt brauchst oder Junkie Flavor oder so zum Abnehmen. Da brauchst du theoretisch gar nichts außer deinen gesunden Menschenverstand. Egal welche Werbung ihr auf Social Media, aber auch in Fernsehen oder in Zeitschriften oder so, für irgendwas seht, ihr braucht das nicht. Maybe hilft es euch, maybe not. Also die Kaufentscheidung selbst müsst ihr... Ich meine, das kann ja dazu beitragen, dass es entspannter geht und cooler geht und was weiß ich, aber ihr braucht es nicht. Es ist nicht notwendig. Für euch treffen. Abschließend zu diesem ganzen Oberthema der Kommunikation. Es gibt hunderte InfluencerInnen, die für Moor Werbung machen und laut eigener Aussage gibt Moor denen auch nicht vor, was die sagen sollen. Diese Aussage deckt sich auch mit meiner persönlichen Erfahrung. Also ich habe noch nie von Moor vorgegeben bekommen, was Bestimmtes zu sagen oder nicht zu sagen. Und das ist in dem Ausmaß auf jeden Fall eher untypisch. Also meistens gibt es bei so einer Partnerschaft irgendwie einen Briefing mit Do's und Don'ts. Also was man machen soll, was man nicht machen soll oder so. Also das ist so ein Standardding im Influencer-Marketing, was nicht bei jeder Kooperation da ist, aber bei schon den meisten. Und so ein Briefing habe ich zum Beispiel von Moor auch noch nie bekommen. Ich hatte auch mal Reef gefragt, weil von den Leuten, die für Moor Werbung machen, bin ich mit ihr auf jeden Fall so am closesten. Und sie sagt das hier. Moin Rezo. Also Vorgaben eigentlich immer sehr, sehr entspannt. Gibt es eigentlich kaum. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, in der die Mitarbeiter immer Moor reinschreiben, wenn es Aktionen gibt. Die kann ich bewerben, wenn ich das bewerben möchte. Ist natürlich meistens naheliegend, weil es ja auch für die Zuschauer nice ist, wenn es irgendwo Prozente gibt. Ja, also ganz entspannt. Eigentlich nur Positives. So viel also zu unserer persönlichen Erfahrung. Und don't get me wrong, ich finde es sehr cool so. Und darüber hinaus erwarte ich natürlich von Moor dasselbe, was ich auch von jeder anderen Brand auch erwarte. Nämlich, dass wenn es vorkommt, dass ein Influencer wiederholt Sachen sagt, die man so nicht sagen darf, dass man dann kritisch damit umgeht und gegebenenfalls dann irgendwann auch seine notwendigen Schlüsse daraus zieht. Und das erwarte ich natürlich von jedem Unternehmen. So, das war es zum Kommunikation bei Werbung Thema. Machen wir weiter mit verschiedenen anderen Kritikpunkten. Ich versuche jetzt noch ein paar, zu denen ich nicht so viel erklären muss, in das Video unterzubringen, ohne dass es unübersichtlich oder zu viel ist. Es gab die Moor Days. Das war eine zweitägige Veranstaltung, wo manche Sachen am ersten Tag so schlecht organisiert waren, dass Leute teilweise für so Basics wie Wasser super, super lange anstehen mussten. Da gab es viel, viel Kritik, auch mit eigener Instagram-Seite und so. Und am Ende hat sich Moor dann entschieden, den Leuten ihr Geld zurück zu erstatten. In einem anderen Fall ging es um eine Transformations-Challenge, wo man was gewinnen konnte. Und es kam halt schon so rüber, dass so die größte Transformation gewinnen würde. Da war dann die Kritik, dass Leute dadurch animiert werden könnten, auch auf eine ungesunde Art irgendwie abzunehmen oder Muskeln aufzubauen oder so. Super nachvollziehbare Kritik, weil das für manche natürlich so irgendwie rüberkommt. Daraufhin wurde dann die Art für die Auswahl der Gewinner anders kommuniziert und eben betont. Ich meine, an und für sich ist ein Transformations-Challenge eigentlich voll geil, oder? Also, dass das motiviert und animiert das so krass, Sport zu machen. Eigentlich ist das voll das Geile. Oder kannst du dich auch ins Negative transformieren, dass du voll sportlich bist und dann sagst du, ey geil, Transformations-Challenge, jetzt esse ich übel viel und mach keinen Sport und dann nehme ich übel zu, weil hast du dich ja auch transformiert. Aber ich glaube, das ist nicht der Ziel bei More Nutrition. Nee, aber an sich ist das eigentlich eine gute Motivation. Aber wenn du da raus halt machst, ja, der, ja eigentlich, ja, keine Ahnung, wie machst du es dann am besten? Das ist wieder die Frage. Es ist immer schwierig, dann sowas durchzuziehen. Aber so eine Transformations-Challenge, ich glaube, das motiviert schon viele Menschen. Dass es nicht darum geht, irgendwie das meiste Gewicht zu verlieren oder die meisten Muskeln oder so aufzubauen, sondern eine gesunde Entwicklung. Also zum Beispiel von einem ungesunden Untergewicht zu einem Normalgewicht und nicht andersrum. Und für die Kritiker war das dann wiederum ein Zurückrudern, weil die ursprüngliche Kommunikation halt das Problem war. Dann gab es noch einen weiteren Vorwurf von Luca. Ihr erinnert euch, der 17-Jährige, der unter anderem auch bedroht wurde. Und der hatte Christian Wolf vorgeworfen, dass dieser ihm eine Zusammenarbeit angeboten... Genau, das hatte ich, genau, das habe ich vorhin angesprochen. ...hätte und sich dann irgendwann nicht mehr gemeldet hätte. Was für Luca halt vor allen Dingen auch deswegen ungeil war, weil er sich deswegen zu dem Zeitpunkt keine Ausbildung gesucht hatte, weil Christians Zusage gewesen sein soll, dass er auch darüber einen Ausbildungsvertrag bekommt. Aber dann, so sagt Luca, wäre irgendwann nichts mehr von Christian gekommen. Der Vollständigkeit halber, Luca ist mittlerweile bei einem Konkurrenzunternehmen unter Vertrag. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass er solche Sachen einfach sagt, um, weiß ich nicht, Mord zu bashen oder so, weil er auch explizit eben sagt, dass er überhaupt nichts gegen die Mordprodukte hat. Es geht ihm in diesem Punkt eben um Christian. Dann gab es außerdem noch Fälle, wo Christian Wolf dafür kritisiert wurde, wie er mit anderen Leuten auf Social Media umgegangen wäre. Also er hatte regelmäßig so eine Art Schlagabtausch mit anderen großen Kanälen, wo man sich dann halt in Reels oder Stories widerspricht und frontet. Das ist auch scheinbar in der Fitness-Bubble viel üblicher als in anderen Bubbles. Aber es gab eben auch Fälle, wo er das nicht mit großen Kanälen gemacht hat, sondern auch mit kleineren Channeln beziehungsweise Privatpersonen, die halt irgendwas gepostet haben, was er nicht gut fand. Und das ist schon so... Aber dazu kam halt noch, dass es vorgekommen ist, dass bei Christian dann die Klarnamen in der Story zu sehen waren. Und dazu kam dann noch, dass es vorgekommen ist, dass er Gewinnspiele gemacht hat unter den Leuten, die bei den anderen Kanälen drunter kommentieren. Was halt obviously auch dafür sorgt, dass manche Follower rübergehen und dann da haten. Und ganz ehrlich, das geht nicht. Also ich persönlich finde es auch ohne Gewinnspiel immer ziemlich unangenehm, wenn irgendwelche großen Kanäle andere Leute in ihrer Story taggen, gegen die sie gerade fronten. Denn das hat immer zur Folge, dass dahin eben auch dummer Hate geleitet wird. Das hat aus meiner Sicht ganz schnell auch so wacky Vibes und insbesondere natürlich mit einem Gewinnspiel dazu. Und halt gerade dann, wenn in dieser ganzen Bubble, die sich mit sowas halt mehr befasst, einfach Toxic-as-Fuck-Leute zum Teil sind. Also generell auch von allen Seiten. Nur mal ein Beispiel. Der Luca hatte ja aufgrund von den Bedrohungen bestimmte Videos wieder gelöscht und wurde dann von Leuten fertig gemacht, dafür, dass er eingeknickt sei. Denn ich wurde von euch verurteilt, beleidigt und fertig gemacht. Diese Kommentare haben mir echt gezeigt, wie eklig Menschen... Ja, an der Stelle wirklich, äh... Es ist TikTok so. Weißt du, es ist TikTok. Also das Problem ist, das sind so viele toxische, ekelhafte Menschen, die keinen Hirn haben oder die einfach noch viel zu jung sind, um überhaupt irgendwas zu raffen. Aber da gibt es auch Ältere, die nur Scheiße reinschreiben. Wirklich, ich kenne bei TikTok nahezu keinen Kommentarbereich, der nicht aus kompletten Vollidioten besteht. Wirklich. Also TikTok ist eine ganz, ganz schlimme Plattform dafür. Und jetzt kommt raus, dass ich das Ganze nur zum Schutz meiner Familie gemacht habe. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Gefühl ist? Also das muss man sich halt mal vor Augen halten. Luca macht Videos zum Thema und dann sitzen da Leute vor ihr im Handy und fronten ihn dafür, weil er nicht so shootet, wie sie es gern hätten. Also im Zweifel könnten diese Leute ja auch die Videos machen, die sie gern in der Welt sehen würden, aber lehnen sich zurück und fronten Luca dafür. Strong. Also Digga, der ist 17, was der schon für Scheiße erlebt hat. Aber auch das, also die Dynamiken in der Fitnessbubble zum Beispiel, sind ein Thema, das dieses Video ja komplett sprengen würde. Deshalb machen wir weiter mit dem nächsten Thema. So, es haben in diesem Kontext bei den Kritikern auch Leute über ihre eigenen negativen Erfahrungen gesprochen. Zum Beispiel, weil sie irgendwelchen InfluencerInnen gefolgt sind und durch deren Content, wie die Werbung für Moor machen, hätten sie dann ein Suchtverhalten entwickelt oder irgendwie ein anderes destruktives Verhalten. Also das, denen halt dieser Content nicht gut tat. Und deswegen an dieser Stelle ganz kurz generell, passt auf Social Media auf, konsumiert das, was euch gut tut und wenn ihr merkt, dass euch irgendein Content nicht gut tut, dann guckt euch das nicht an und wenn ihr es nicht selber schafft, holt euch dabei Hilfe. Und was gut tut oder nicht, ist bei jedem auch was anderes. Mir tut zum Beispiel Content nicht gut, wo so ein Perfect Life gezeigt wird. Also schöne Menschen an bildhübschen Orten, die die beste Zeit ihres Lebens haben, immer und jeden Tag. Für andere ist das maybe schöner, inspirierender Content. Bei mir macht das aber dauerhaft, dass ich nachts wach liege und mich kacke fühle. Und gerade wenn es um Abnehmen geht oder Muskeln aufbauen oder irgendwie sowas, ist es umso wichtiger, dass ihr in euch reinhört, ich folge da keine Leute, deswegen kann ich mich, also ich kann mich da nicht mal schlecht fühlen oder so. Also ich weiß gar nicht, was tut mir so gar nicht gut, also was mir nicht so gut tut, aber das habe ich schon alles so unterbunden, war auf Twitter, da sind so Gore-Videos so aus dem Körnchen, wo Unfälle gezeigt wurden oder wie Menschen sich geschlagen haben und so. Die habe ich jetzt auch alle blockiert gehabt seit ein paar Monaten und ich denke auf Dauer fängt das halt auch ziemlich krass ab, aber seitdem halt auch gar nichts mehr. Also dementsprechend, ja, habe ich eigentlich nichts weiter, aber wenn ihr sowas, wenn ihr irgendwas so anguckt und so gefühlt süchtig seid nach so übel negativen Sachen, versucht das wirklich, also ihr wisst ja, was euch nicht gut tut, versucht das wirklich anzugehen, dass ihr das nicht mehr anschaut oder nicht mehr nutzt oder was auch immer das Problem da ist. Was dieser Content mit euch macht, weil was für die eine Person total gut ist, ist für die andere Person halt nicht gut. Wenn es zum Beispiel einen Kanal gibt, wo jemand fast jeden Tag Sport macht und halt voll auf Ernährung auch achtet, kann das für manche Leute super motivierend sein, die eigenen Ziele zu erreichen und das ist ja cool dann, wenn es Leuten hilft, aber anderen Leuten baut das vielleicht zu viel Druck auf und dann ist das nicht so gut. Insofern lasst euch auch nicht von anderen Erfahrungen einreden, was ihr selber fühlt oder braucht. Bei Moor seht ihr zum Beispiel ganz viele positive Beispiele von Leuten, denen die Produkte geholfen haben und das auch gar kein Vorwurf, weil es ja nachvollziehbar, dass die das zeigen wollen. Und auf der anderen Seite zeigen JournalistInnen natürlich Beispiele, wo Leute eine negative Erfahrung gemacht haben, weil es denen halt darum geht. Da hatte ich zum Beispiel auch neulich einen Aufruf gesehen, wo explizit gesagt wurde, dass man nicht mit Leuten mit positiven Erfahrungen sprechen möchte, sondern ausschließlich mit Leuten, die eine negative Erfahrung gemacht haben. Und auch das ist letztlich ja fein, weil jede einzelne Erfahrung ja für sich legitim ist. Aber beides hat auf jeden Fall keine statistisch signifikante Bedeutung bei Hunderttausenden oder einer Million Kunden. Und vor allen Dingen gibt beides euch im Regelfall nicht die Antwort darauf, ob euch etwas helfen würde oder nicht. Körper sind individuell, Ziele sind individuell, Erfahrungen sind individuell und ihr solltet für euch immer entscheiden, welcher Content euch gut tut und welcher nicht. War mir einfach wichtig, an dieser Stelle nochmal darauf hinzuweisen. So, kommen wir zum Abschluss. Wir haben in diesem Video eine Menge Kritik und Vorwürfe behandelt. Teilweise aktuellere Sachen, teilweise auch ältere Sachen. Dieses Video konnte, wie gesagt, keine vollständige Liste sein, aber ich wollte euch eine Übersicht über die Sachen geben, die ich halt häufig in Kommentaren, DMs oder in seriösen Quellen gefunden habe. Christian Wolf hatte sich bei Moore vor einem Monat komplett rausgezogen. Das bestätigte Moore und bezeichnete diese Entscheidung für einen richtigen Schritt. Besser ist das. Überprüfungen anderer Medien kamen auch zu dem Ergebnis, dass er komplett raus ist. Dazu wurde unter anderem berichtet, dass er keinen Vertrag, keine Verantwortlichkeiten und auch keine Entscheidungsbefugnisse mehr habe. Und da das Unternehmen auch keine Dividendenpolitik habe, erhält er auch keine laufenden Ausschüttungen oder so. Also er sei nur noch Teil einer Gruppe von Minderheitsinvestoren, hat aber auch da keine Kontrollrechte. Und manche von euch wissen ja auch, dass ich Christian kannte. Also ich war ja sogar in seinem Podcast. Da war immer guter Vibe. Aber trotzdem finde ich es absolut gut, dass Christian bei Moore raus ist. Und gerade weil ich die Kooperation mit Moore und die Produkte persönlich sehr mag, war es mir unglaublich wichtig, auch persönlich nochmal zu überprüfen, ob diese Trennung zwischen Moore und Christian wirklich da ist. Also auch wenn andere JournalistInnen zu diesem Schluss gekommen sind, wollte ich es halt für mich selbst nochmal überprüfen, soweit es mir halt möglich ist. Und ich kann jetzt natürlich nichts einblenden, aber mir liegen interne Dokumente vor, die diese Trennung bestätigen und auch in einer deutlicheren Form, als ich jetzt gedacht hätte. So, wir haben es geschafft. Ich kann mir vorstellen, dass für manche von euch jetzt echt viele Infos auf einmal waren. Wir haben über Bedrohungen gesprochen, über die Art der Kommunikation, also die Art, wie man Werbung machen sollte oder nicht Werbung machen sollte und wie die sich auswirken. Ja, mit Abstand, der Hauptkritikpunkt oder das Schlimmste sind einfach die Bedrohungen. Also wenn du eine Firma leitest, gut, jetzt wissen wir natürlich nicht, ich komme das von Christian Wolf, aber es sieht für einiges so aus. Ob es so ist, weiß man natürlich nicht. Aber wenn man Bedrohungen erhält oder man gesagt bekommt, hier bekommst du einen Ausbildungsvertrag und dann wird man geghostet und so, dann spricht das nicht unbedingt für ein sehr glattes Unternehmen, sagen wir es einfach mal so. Obwohl die Produkte von Mono Twitch, ich habe bisher noch nichts weiter Negatives gehört, also die sollen auch ganz gut sein, aber es ist schon, das ist schon schwierig teilweise, was man das so mitbekommt. Wir haben über Aktionen gesprochen, die sich einfach nicht gehören und vieles mehr. Es war gar nicht so easy, dieses Video zu machen, weil es zwar super viele Infos irgendwie gab, aber halt anders als bei meinen sonstigen Videos, viel weniger seriöse, gesicherte Quellen und ganz viel Meinung, die man erstmal so einordnen musste. Also ich habe zum Beispiel noch für kein Video ansatzweise so viele Stunden Telefonate geführt. Mir war das halt wichtig, weil ich mich persönlich natürlich auch mit diesem Thema auseinandersetzen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch auch. Ja, also gutes Video von Rezo, nochmal gut zusammengefasst. Jetzt bin ich auf jeden Fall besser im Bild als zuvor, sage ich euch ganz ehrlich. Und ja, also fand ich so in Ordnung, weil das erste Video, es war so ein bisschen lasch, einfach weil er natürlich auch gepartnert ist mit Mono Nutrition. Ich glaube, dann bist du ein bisschen befangen auch in dem, was du sagen kannst und willst. Aber das ist jetzt schon, also ich finde, hier geht er besser drauf ein und hier zeigt er auch nochmal besser die Lage und wie kritisch das eigentlich ist. Ohne zu krass gegen Moor an sich zu schießen, sondern halt, es geht eher um Christian Wolf und da scheint ja wirklich viel, viel Müll im Hintergrund zu laufen. Aber danke für das Video, fand ich jetzt echt in Ordnung und ich hoffe, dass irgendwas dagegen unternommen wird. Vor allem gegen Leute, die andere Menschen einschüchtern und drohen, weil das geht gar nicht. Leute, macht's gut. Checkt das Video ab, der Link dazu ist in der Beschreibung und ciao, ciao.